Jenseits von Sönke Scharenhorst Ich versichere Ihnen Takada Sama, im Gegensatz zu den Konkurrenzprodukten ist unser Jenseits sicher. Wir sprechen hier von deutscher Qualitätsarbeit. Wie Sie sicher in den Nachrichten verfolgt haben, hat die chinesische Variante die Hälfte ihrer Seelen verfolgt. Der alte Mann starrte mich grimmig vom Hintersein-Chippendale-Schreibtisch an. Das menschliche Bewusstsein kann als das stehende Wellenfront-Phänomen dargestellt und so digitalisiert werden, fuhr ich fort. Um diese Petabytes von Qubit-Quantendaten zu verarbeiten, werden gigantische Quantencomputer-Cluster benötigt und nur Professor Dekantor hat den Dreh dafür wirklich rausbekommen. Ich bin der lebende Beweis. Das ist mein erster Besuch auf der Erde seit 30 Jahren. Heute Morgen wurde mein Bewusstsein in den Quantencomputer dieser Puppe heruntergeladen. Ich tippte mir gegen den Polycarbonatschädel. Und wenn ich ihn den Quantencomputer einfach aus dem Kopf reißen lasse, knutte Takada Sama. Dann wäre ich tot, erwiderte ich. Seine Feindseligkeit beunruhigte mich nicht. Würde mir irgendetwas passieren, wäre niemand mehr da, um ihn zu digitalisieren. Und er wäre dann auch tot. Das wusste er. Eine Whole-Brain-Emulation kann nicht gespeichert werden. Sie benötigt einen laufenden Quantencomputer. Kopien oder Backups sind nicht möglich. Deshalb ist es so wichtig, sich von den Besten digitalisieren zu lassen. Aber für meinen Mind-Upload wollen Sie meine Firma. Und all mein Geld. Das Grenz an räuberischer Erpressung, schnaufte Takada Sama. Das ist so nicht korrekt. Wir konvertieren Ihr komplettes Vermögen in Watt-Dollar und diese können Sie ausgeben für was immer Sie wollen. Es ist einfach die einzige im Jenseits akzeptierte Währung, erklärte ich. Wie weit würden Sie kommen, wenn wir hier unten nicht mehr Ihre Watt-Dollar akzeptieren würden, fragte Takada Sama. Ich muss nur zurück zum Puppenhaus. Von dort werde ich wieder ins Jenseits hochgeladen. Die paar Meter kann ich laufen. Das war nicht gelogen. Aber vielleicht sollte ich trotzdem vorher irgendwo kurz laden, sonst könnte es knapp werden. Der Quantencomputer hatte eine Notfallbatterie und konnte noch mehrere Tage online bleiben, auch wenn die Batterie der Puppel leer oder kaputt war. Im Moment hatte ich noch 13 Prozent und das sollte reichen. Wenn der alte Mann nicht unterschreiben wollte, dann würde ich ihn nicht zwingen. Er würde schon kommen. Kenichi. Ich darf sie doch Kenichi nennen. Es tut mir leid, sagte ich. Das tat es nicht. Aber Sie haben nun wirklich kaum eine andere Wahl. Sie bleiben in Ihrem Körper und sterben? Oder Sie überschreiben uns Ihre Unternehmen? Und wir bringen sie ins Jenseits, indem Sie die Ewigkeit verbringen können. Ihre neue Watt-Dollar werden Ihnen dort jeden erdenklichen Luxus erlauben. Wenig später verließ ich den Wolkenkratzer. Das war ein Trip zur Erde, den ich mir hätte sparen können. Zum Schutz vor dem sauren Regen trug ich, wie alle anderen Passanten, eine schwarze Burka. Die Kleidung machte uns alle gleich. Ich fragte mich, unter wie vielen der Gewänder sich wohl Puppen, wie ich eine war, verbargen. Selbst die Obdachlosen, die sich an die Wände der Hochhäuser gekauert hatten, trugen dieselbe Kleidung. Es könnte sich ein Topmanager dort hinsetzen und in seiner Mittagspause betteln. Nur so zum Spaß. Ich konnte die Leuchtreklame des Puppenhauses am Ende der Straße erkennen, als der Ladestand der Batterie unter 10 Prozent fiel. Aus Sicherheitsgründen ging die Puppe bei unter 10 Prozent in einen Energiesparmodus, der unter anderem die Kommunikation einschränkte. Ich konnte also nicht einfach mehr im Puppenhaus anrufen und mich abholen lassen. Das war mein erster Fehler. Zufällig stand ich gerade neben einer Ladestation. Ich schlüpfte hinein und startete den Ladevorgang. Aber die Puppe begann nicht zu laden. Im Gegenteil. Die Station entzog mir sogar noch Strom. Mit inzwischen 8 Prozent versuchte ich es in eine zweite Station. Wieder war es dasselbe. Mit 7 Prozent ging ich in den dazugehörigen Laden. Mehr wütend als besorgt. Es tut mir leid, aber wir akzeptieren nur japanische Kalorien, erklärte mir das picklige Mädchen hinter dem Counter. Seit wann akzeptieren sie keine Wattdollar mehr, sagte ich mit monotoner Stimme, weil im Energiesparmodus Schreien nicht mehr möglich war. Seit gerade eben, sagte die Servicekraft und zeigte auf das Display der Kasse. Die Nachricht war kurz und unmissverständlich. Es wurden nur noch JKs angenommen, unterzeichnet von dem Vorstandsvorsitzenden Takara Sama. Und was mache ich jetzt, fragte ich. Sie antwortete mit einem gleichgültigen Achselzucken. Und damit begann ich meine letzte Dummheit, indem ich aus dem Laden stürmte, ohne etwas weiteres zu sagen oder über die Konsequenzen nachzudenken. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch viele Optionen. Inzwischen habe ich keine mehr. Jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Ich sitze etwa 30 Meter vor dem Eingang zum Puppenhaus an der Wand. Von den Obdachlosen neben mir nichts zu unterscheiden. Blind und taub. Seitdem die Sensoren offline sind. Wie lange werden sich ein paar Tage anfühlen, bevor die Batterie des Quantencomputers endlich auch ihren Geist aufgibt? Ich habe kein Gefühl von Zeit mehr. Ich muss schreien und habe keinen Mund. Wenn ich noch nicht wahnsinnig bin, dann werde ich es bald. Aber was ist bald, wenn es keine Zeit gibt? Wenn ich alles bin, das existiert, dann bin ich Gott. Wenn ich Gott bin, dann kann ich mir meine eigene Welt erschaffen. Es steht mir die gesamte Rechenleistung eines Quantencomputers zur Verfügung. Ich beginne beim Urknall und beobachte, wie sich Elementarteilchen, Atome und viel später Sterne formen. Ich bin dabei, wie unsere Sonne entsteht, wie Mond und Erde geboren werden. Ich sehe zu, wie die letzten Überlebenden der Mars-Zivilisation zur Erde fliehen. Ich bin dabei, wie ich selbst gezeugt werde, helfe Professor Dekantor bei der Erschaffung des Jenseits. Ich kann nichts daran ändern, dass ich wieder am Straßenrand neben dem Obdachlosen ende und es beginnt von vorne. Sie hörten Jenseits von Sönke Scharenhorst Gesprochen von Daria Wulle Eine Produktion von Podisie.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017